Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zum nächsten Trikot Ranking hier auf Kickoff und heute geht es um die UEFA Champions League. Am Dienstag geht es ja endlich wieder los und natürlich wird es deswegen Zeit mal drauf zu schauen, welche Trikots denn so getragen werden. Manche Vereine haben ja sogar extra für die Champions League besondere Trikots, auch darauf blicken wir natürlich extrem gerne drauf. Aber natürlich blicken wir auch auf die Heimtrikots einiger internationaler Vereine, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hat. Aber wie immer bei einem Ranking, vor allem auf einem Trikot Ranking ist das hier nur meine Meinung und das spiegelt nicht zwingend eure Meinung wider, denn es ist eben keine sachliche Beurteilung. Das ist ganz, ganz wichtig. Spannend natürlich, weil wir 32 Trikots zu beurteilen haben. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, dass ich das deswegen auch in zwei Videos mache. Heute in Teil 1 blicken wir auf die eher unschönen Trikots von Platz 32 bis Platz 17 und morgen kommt schon Teil 2 mit den eher schöneren Trikots von Platz 16 bis hin zu Platz 1. Und ich würde mal sagen, wir starten rein ins Trikot Ranking der UEFA Champions League Vereine 2022-2023. Und legen los mit dem hässlichsten Trikot der aktuellen Saison und dieses verdient sich vollkommen Atletico Madrid. Normalerweise kennen wir Atleti mit klassischen Streifen und jetzt haben wir hier ein Design, bei dem ein schon so ein bisschen schwindelig wird und wo man sich schon fragt, wer hatte diese Idee? Und das Verrückte oder vielleicht das Interessante und das Bitterste, was auch ein Ausdruck dieses komisches Designs ist, es ist, wie man hört, das schlecht verkaufteste Trikot der Vereinsgeschichte. Und wie ich finde, auch vollkommen zu Recht. Die Fans sind deswegen auch verärgert, warum es so ein komisches Trikot gibt. Auf dem Platz sieht scheiße aus, da hat man echt wirklich super Arbeit geleistet und deswegen vollkommen verdient Platz 32 und damit das hässlichste Trikot der Champions League. Aber nicht weit weg ist meiner Meinung nach Juventus Turin. Alle paar Jahre tauscht der Juve dieses ganz klassische schwarz-weiße Streifendesign in etwas verrücktes Design. Und dieses Jahr ist nämlich das auch wieder der Fall. Ich weiß gar nicht genau, wie man diese schwarzen Elemente, die theoretisch ja die Streifen sind, beschreiben soll. Aber was ich auf jeden Fall beschreiben kann, ist, was ich mir dabei denke. Und zwar, dass mir das überhaupt nicht gefällt und deswegen auch ganz weit hinten landet. Letzte Saison hatte ja Ajax Amsterdam ein unfassbar geiles Bob Marley Trikot. Ja und jetzt haben wir halt das. Also hier haben wir jetzt auch zum ersten Mal ein gesondertes Champions League Trikot und die Idee dahinter, die ist auch auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Denn wir haben eine Fusion aus einem vertikalen Streifen in den Farben der Amsterdamer Flagge und Silhouetten der berühmten Street-Fußball-Courts, wodurch eben dann die boomende Amateur-Fußball-Szene gefeiert werden soll. Also grundsätzlich ist die Idee erstmal ganz cool, aber ich finde es ist ein bisschen too much irgendwie da reingebracht. Also die Umsetzung ist halt einfach überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht schön. Die Farben passen nicht zusammen. Dieses Braun-Rot ist halt Amsterdam okay, aber dann dieses goldene, hautfarbige. Und das Schlimmste dabei ist, man packt dazu eine schwarze Hose, wodurch du nochmal einen anderen Farbton hast. Und deswegen macht das das überhaupt nicht besser. Ganz im Gegenteil. Und Ajax hat immer wieder coole Ideen. Auch hier ist die Idee cool. Aber die Umsetzung macht das Trikot so hässlich. Und deswegen landet es auf Platz 30. Ich persönlich mag die Farbe Blau. Und ich mag auch sehr, sehr gerne blaue Trikots. Und auch dieser Blauton bei Dynamo Zagreb ist schön. Allerdings, wenn man dann mal, man muss gar nicht genau hingucken, wenn man mal hinguckt, dann sieht es einfach aus wie ein Standard-Training-Shirt von Adidas, auf dem einfach mal so noch das Zagreb-Logo draufgenäht wurde. Also wirklich nicht mehr, nicht weniger. Das ist ja nichts. Also das ist schon echt wenig und zu wenig. Zagreb hat Glück, oder Adidas besser gesagt, dass mir drei Trikots einfach gar nicht gefallen haben. Weil als Fan käme ich mir mit diesem Trikot echt verarscht vor. Weil es aussieht wie ein Training-Shirt mit Logo von deinem Verein. Geil. Also Platz 19 ist da echt eigentlich noch gnädig. Und ich hatte es ja beim Bundesliga-Trikot-Ranking schon mal gesagt, was ich von Leverkusens Heimtrikot halte. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht noch okay, aber halt auch noch nicht schön. Und dieses Motto mit Leverkusen Allee, diesen Fangesang, der dann durch diesen Soundwave dargestellt werden soll, ist eine blanke Katastrophe. Diesen Fangesang hat jeder Verein, wirklich hat jede Fankurve, weil es der einfachste ist von allen. Und diesen klopst auf deine Trikots drauf. Ja, gut. Also erstmal sieht es auch überhaupt nicht gelungen aus. Und dann noch dieser stinknormale Fangesang, der von jedem Klub einfach sein könnte. Und das macht es auch einfach in der Champions League nicht besser. Deswegen war der Leverkusen bei mir sehr weit hinten. Im letzten Jahr hatten wir bei Tottenham Hotspur ein Trikot gehabt, was wirklich nur weiß war, ohne irgendwelche Akzente. Nun hat man zumindest die blau-gelben Akzente an Kragen und Ärmel. Wir haben diesen abgesetzten Schulterbereich. Gruß geht raus an Nike. Das Thema wird heute noch ein paar Mal kommen. Und bei einer gleichen Farbe wirkt das überhaupt nicht. Also ich bin generell kein Freund davon, dass der Schulterbereich bei allen Nike-Trikots oder bei 90% der Nike-Trikots abgesetzt ist und damit vereinheitlicht wird. Aber dann auch noch hier diese weiße Naht, die halt dann zu sehen ist. Es sieht einfach, das sieht nicht gut aus. An sich ist es ein okayes Trikot. Viel mehr aber halt auch nicht. Und viel haben wir bei Chelsea auch nicht. Also blau. Die Blues tragen halt blau und zwar nur blau. Und das ist ja auch erstmal okay. Aber wir haben hier kein Muster. Wir haben den Nike-Absatz im gleichen Blau, wodurch wir auch hierbei diese Naht extrem auffallend und störend sehen. Und das war bei Tottenham ja gerade schon genauso. Und der Kragen, der sticht hier sicherlich nochmal heraus, gefällt mir persönlich, aber gar nicht. Und deswegen landet Chelsea ja knapp, sagen wir mal, vor den Abstiegsrängen, was die Trikots angeht. Und wenn es im Bundesliga-Trikot-Ranking weit hinten landet, muss es hier natürlich auch relativ weit hinten landen. Und zwar das Trikot von RB Leipzig. Wir haben ja hier diesen weißen Grundton mit, ich habe es ja genannt, spielerischen roten Elementen. Weil auch heute weiß ich nicht genau, was das sein soll, was das bedeuten soll. Es ist sicherlich ein moderner Look, der vielleicht auch international bei vielen gut ankommen kann. Für mich ist er mal wieder viel zu viel. Und ja, deswegen gefällt es mir einfach immer noch nicht. Ich sehe da keine Verbindung zu RB. Das Red Bull-Logo funktioniert auch überhaupt nicht bei so einem Design. Ich kann damit nichts anfangen. Nicht mehr, nicht weniger. Platz 25. Blicken wir nochmal lieber ins Ausland. Auf Trikots, die wir noch nicht so gut kennen. Und das ist sicherlich auch bei Olympic Marseille der Fall. Ein weißes Trikot, was erstmal nicht wirklich auffällig wirkt. Was ja auch gar nicht mal so schlimm ist, auf dem ersten Gedankengang her. Aber für mich ist dieses Muster auf der Vorderseite überhaupt nicht gelungen. Diese streifenartigen Einkerbungen, wenn man so möchte, wirkt irgendwie unmodern, obwohl man dann wiederum einen relativ modernen Kragen hat und sowas. Generell werten es die blauen Akzenten nochmal auf. Je nach Licht, auch im Spiel sehen diese auch nochmal deutlicher aus. Also hier sind sie ja relativ blass vom Blautum. Ich meine, im Spiel wäre das nochmal ein bisschen kräftiger. Aber es reicht jetzt nicht für mehr als Platz 24. Schwarz, Grün und Weiß. Und natürlich führen uns diese drei Trikotfarben zum Trikot von Sporting Lissabon. Wir haben einen schwarzen Kragen und schwarze Ärmel. Abschlüsse generell sind die Ärmel, aber auch noch einmal in komplett Grün abgesetzt. Ansonsten haben wir grün-weiße Streifen, was ja typisch ist. Und ja, perfekt gelungen finde ich das dann nicht, weil diese dünnen grünen Streifen auf dem Weißen nicht wirklich so gut gelungen sind. Aber auf den ersten Blick ein okayes Trikot, was ich auch erstmal deutlich höher gerankt hätte, bis ich eine Geschichte gesehen habe. Denn das Trikot im Vorjahr war vom Aufbau wirklich exakt, exakt genauso. Allerdings waren die Farben grün und weiß getauscht. Sprich, auf den grünen Streifen waren nochmal diese dünnen Streifen, aber in weiß. Und also als Fan würde ich das überhaupt nicht feiern, dass in meinem Verein das gleiche Trikot wie im Vorjahr gibt, nur mit zwei verschiedenen Farben, die getauscht wurden. Das ist schon frech. Und deswegen, obwohl es an sich ein schickes Trikot ist, landet es hier auf Platz 23. Bei Schachter Donitz haben wir eine knallige orange Farbe und natürlich auch noch die schwarze Nadelstreifen-Optik. Die Ärmel sind nochmal einfarbig abgesetzt. Und wie wir auch sehen, jeder zweite Streifen hat nochmal so ein besonderes Muster. Auch hier kenne ich jetzt die Hintergründe nicht, was das genau darstellen soll. Aber sicherlich ist das durchaus ein Hingucker. Ich denke mal, manche finden das richtig schön, manche überhaupt nicht. Ich feiere es jetzt nicht so krass. Ist jetzt aber auch kein schlimmes Trikot. Und deswegen landet es im unteren Mittelfeld. Und wie so oft haben wir beim FC Kopenhagen ein weißes Heimtrikot diese Saison mit blauen Nadelstreifen. Auch das ist jetzt auch nichts Neues, hatten sie schon oftmals gehabt. Aber es ist ein einfach gutes, passendes Trikot für Kopenhagen. Am Ende aber auch nicht mehr und nicht weniger. Manchester City will hoch hinaus. Sie wollen endlich mal die Champions League gewinnen. Wenn es am Trikot geht, wird es nicht ganz reichen. Denn dann würde es nur, sagen wir mal von der Platzierung von Platz 20 her, knapp vielleicht überhaupt fürs Achtelfinale reichen. Wir haben natürlich typisch City, Himmelblau und ansonsten sehr, sehr schlicht gehalten. Auch dieses Muster, was vielleicht man so ein bisschen erahnen kann, fällt ja kaum auf. Ich finde aber, dass die rot-weißen Akzente an Ärmeln und Kragen das durchaus nochmal aufwerten. Das gefällt mir ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht so ein grandioses Trikot, dass ich es hätte höher ranken können. Denn da gefällt mir zum Beispiel Benfica Lissabon nochmal ein Ticken besser. Hier haben wir ein klassisches Adidas Heimtrikot mit einem zeitlosen Nadelstreifen-Design, wie sie selber sagen. Und was ganz interessant ist, dieses Nadelstreifen-Design ist von einer Brücke inspiriert, die seit 1966 Teil der Skyline von Lissabon ist. Sicherlich auf den ersten Blick ein schönes Trikot. Ich finde aber, dass man diese Idee dann mit der Brücke besser hätte umsetzen können, weil ich würde jetzt da eigentlich nur Streifen erkennen. Aber gut, deswegen landet es hier, wo es eben dann auch landet. Platz 18 gehen wir für nach Belgien und zwar nach Brügge, besser gesagt zum Club Brügge. Letzte Saison hatte man ein relativ ähnliches Trikot, aber da waren noch ein paar goldene Details mit dabei. Nun also wieder sehr, sehr typisch in Schwarz und Blau gehalten. Ich persönlich, und das wisst ihr vielleicht, wenn ihr meine Trikot-Rankings kennt, wisst ja, dass ich kein Streifenfreund bin. Aber es passt halt einfach zur Brügge. Das Trikot macht durchaus was her und somit landet es hier auf Platz 18. Und wie schon in der vergangenen Saison hat der BVB wieder ein Cup-Trikot rausgebracht, was in der Champions League und im DFB-Pokal getragen wird, was ich persönlich erstmal wirklich gut finde. Neon-Gelb war es ja letzte Saison, nun also wieder der, ich würde mal sagen, klassische BVB-Gelb-Ton. Trotzdem ist er aber nochmal anders und zwar deutlich anders als das Heimtrikot mit schwarzen und weißen Akzenten an der Schulter. Ich finde, es ist erstmal besser gelungen als das im Vorjahr. Im Vorjahr war ja das große Problem sozusagen, was noch für viel Kritik gesorgt hat, dass Ausluster Puma die ganzen Trikots sehr, sehr verallgemeinert hat. Ich glaube, ihr erinnert euch alle, wie die ungefähr ähnlich aussahen. Aber ich muss auch sagen, das Heimtrikot hat mir deutlich besser gefallen, wie es auch durchs Trikot-Ranking kennt. Dieses Design fühle ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich es nicht wirklich passend finde und nicht schön finde. Aber es ist auch kein katastrophales Trikot. Deswegen hier im Mittelfeld auf Platz 17 und ich denke mal, das ist eine Platzierung, die auch durchaus in Ordnung geht. Und damit war das schon. Teil 1 der UEFA Champions League Trikot-Ranking-Episode, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Und wir haben Platz 32 bis Platz 17 schon durch und wie ihr sehen könnt, kommt dann morgen der nächste Teil, der nochmal vielleicht wichtigere Teil mit den ganz, ganz schönen Trikots von Platz 16 bis hin zu Platz 1. Schaut auch dort gerne wieder rein. Schreibt schon jetzt eure Meinung in die Kommentare, welche Trikots deutlich weiter nach vorne gehören, welche Trikots ihr schon im Kopf habt, die morgen noch kommen, die deutlich weiter nach hinten gehören. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017